Yo Leute und damit herzlich willkommen bei Minecraft Warte nochmal bitte Smash Warum? Weil ich's noch nicht aufgenommen hab Ist mir egal Ich muss auch offen Hier Yo Leute und damit herzlich willkommen bei Minecraft Smash Mit Ey Noch nicht Entschuldigung mit Mia Mit Skeptor von Kalle Zockt Ja Mein alter Kollege von DuSeitLP Ähm Ja Minecraft Smash Ähm So ähnlich wie Super Smash Bros. Brawl Oder Super Smash Bros. Midi Wer's kennt so Ja alter Hör mal auf Noch nicht Entschuldigung Die Prozent oder die XP die ihr hier seht Da Umso mehr man davon hat Umso weiter fliegt man raus Und ja man muss die anderen in die Brau schmeißen Mit geilen Items und so Ja Okay Erstmal willkommen an die Leute die bei mir gucken Ich nehme auch auf Ah hey Cool Das interessiert aber gar keinen Ähh Auat Oh Oh ja Wir spielen hier auf der Map Arena Amina Ja ihr könnt mal bei Auf jeden Fall Guckt bei Kalle vorbei Bei Kalle Zockt Oh ja Ähm sehr dummer Kalle Dicht so Ah Ähm nein aber wir haben da schon mal ein paar Runden gemacht Ja bei mir das heißt bei mir let's battle Genau wir betteln uns nämlich auf seinen Kanal Ein bisschen Oh Hat der so ne Suppe gefressen Ja klaro Ist der behindert Oh crap Just a crappy snowball Aber ein bisschen weg Bei mir muss ich sagen Okay Ich habe schon gesagt Ich komme bald nur in Rechen und dann läuft Läuft bei mir Läuft bei dir Ich mag die immer nicht weil hier fliegt man leicht man aus voll Das stimmt Das ist dabei nicht Geh immer danach ein Bild bei anderen Du bist so Hallo Hallo Ich hatte dann wieder Bock auf Ghost Weil die war geil Ah nee die fand ich nicht so Ich habe vorgenommen Jo Bei mir ist es jetzt mit Punkten und bei dir ist es jetzt einfach nur so Okay Also guckt euch ruhig mal die Folgen bei Ja und Das Kanal ist so wie es dein Kanal sowieso immer bei mir unter Beschreibung Ja Immer Bei jeder Folge auch wenn du nicht dabei bist Richtig Ah Oh nein mein Pokémon Oh nein mein Pokémon Oh auch noch ne Blaze alter Blase BAMS Boah Erte was bist denn du eigentlich für ne Posi Vielleicht noch einen Ne Posi Ne Posi Ne Posi Echt? Bitte 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 Ja Oh der Schottbau ja Nee 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 Skeptor Weiße Ja Nö Doch Nö Ah Bin ich dumm Ah 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 Bin ich dumm eigentlich Ja Oh Scheißen Scheißen Dreck Aber scheiß Ah Lol Hast du auch die Sicht? Ja Welche Sicht denn? Ja Sofa Sofa schwamm Ne super Ja Bumst dich Ich hab sie Geil Ficky Ficky Pecky 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 Oh Speed Oh Yo Hast wahrscheinlich gerülpst Oh lol Jetzt geht die Party da unten ab gell Oho Lass das mal angucken bitte Oh Barm alter Oh Alter hat's grad geleckt Alter ein Frappes Ich hab ein Krabby Snowball Einen Frappes hatte ich grad Hat ich grad Ha 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 Einen Lack sogar Einen Stimmenlack Voicelack natürlich Das ist ein Miesen Voicelack Das schreibt nochmal Geschichte Voicelack Alter Oh ich hab verlangsamer rum Ah Hä Hä Boah alter Das geht grad übelst ab Alter übelste Frame Da hängts sogar bei mir Jonge Weißt du was bei mir geht Ja Da hängt sogar meine Voice Ich glaub mein Sichtfeld ist so ein bisschen eingeschränkt Okay Ich Alter ich hab immer übelst akse Schweiß wenn wir das spielen gell Ja weißt du auch wie saukrass Ja 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 Ah Oh ja Hier kommen grad irgendwie keine Itons Ich glaub wir haben alle auch gebraucht Ja das ist echt so Ich such auch grad Warte mal irgendwie ist mir grad ein bisschen schwummrig aufgespuckt Ich weiß nicht was von mir abgeht wenn wir das spielen Ah 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 Ich muss echt Ich muss echt Ich muss echt Nein Ich hab's aufgesomt Mein Hals im Unterdrehen Oh alter warte mal kurz ... Huh Warte mal Warte mal Warte mal Och warte mal Wir müssen unbedingt mit dem Facecam aufnehmen, ich hab grad voll den Lachflash. Ich muss mich mal kurz einkriegen. Dich hat's volle Brüte ausgehakt, oder? Ich muss ja mein Oberteil aussehen, glaub ich. Oh nein, ich hab ein Schaf bekommen. Lass es mal zu Ende bringen, das Überschwung. Ich kann. Ich weiß nicht, was bei mir los ist. Ich seh kaum noch was. Oh, ist das geil. Ich muss glaub ich so feiern. Mir ist danach fertig. Nein! Verrecke! Huazon! Ich brauch das Essen. Oh, fuck it. Da sticht mein Herz auch noch. Ich glaub ich krieg halt so ein bisschen... ...Cubes halt collapsed oder so. Alter, ich probier jetzt mal mit. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich die Folge nenne. Ich auch. Ich probier dann gleich mal den Facecam aufzunehmen, ey. Wenn wir aufnehmen, ist es immer übelst Party. Machst du heute Party? Aaaaaaah, ich reite dich! Ich mach heute Party. Machst du heute Party, Mr. Krabs? Ich muss ja echt erstmal irgendwie kotzen. Au! Okay, mach das. Ich muss aber gleich mal was essen, Alter, mein Bauch. Er. Das war's für heute.